Hey, meine lieben Freunde, Eilmeldung. Ich habe die Nachricht gerade jetzt erhalten. Ich bin gerade hier in Berlin-Mitte unter den Linden gelandet, bevor ich noch ein paar andere Sachen erledigt habe. Ja, Schlägerei im Schwimmbad mal wieder. Mir fehlen die Worte. Es ist wieder, was passiert in Berlin-Neukölln, Gruppelstadt. Ich glaube, Neukölln, doch, das ist Gruppelstadt. Das ist Neukölln. Im Freibad, glaube ich, war das. Im Freibad hat mir mein Kollege die Nachrichten geschickt und die Fotos dazu geschickt, was da angeblich gewesen ist. Ich kann sie leider nicht einblenden, weil das etwas zu heftig ist. Deswegen werde ich das jetzt so nicht einblenden und darüber sprechen für euch. Ich werde natürlich unten nochmal ein paar Links finden und euch diese Links unten in die Infobox tun. Und auch in die Kommentare, damit ihr seht, was ungefähr da ablief. Wir hatten vor kurzem so etwas Ähnliches vor ein, zwei Jahren. Ich glaube, letztes Jahr sogar. Oder vor zwei Jahren. Wo irgendwelche Talahons, es ist gegenseitig sozusagen, es gibt so ein neues Jugendwort. Das nennt sich Talahons. Was auch immer das bedeutet. Ich sage einfach zu Migranten Talahons ab jetzt, weil es einfach einfacher ist. Sie verstehen das ja auch. Das ist ja ihre, es ist, glaube ich, ein arabisches Wort. Mit Komma her, du Typ oder sowas. Ja, Ruppestadt, Schlägereien. Also irgendwie ist das jetzt alles nur noch so in Richtung Stress in Berlin oder Deutschland an sich. Ihr müsst euch vorstellen, ihr wollt mit der Familie normal schwimmen gehen im Freibad. Es gibt auch Hallenbad, klar. Aber Freibad ist natürlich beliebter, wenn es draußen 35 Grad ist. Dann wird es natürlich ins Freibad gehen. Und dann bist du dort und dann sind da irgendwelche Talahons, so nenne ich sie, die Stress machen. Die ungefähr so aussehen wie ich, von der Optik her. Ist so. Ich muss das ehrlich und offen sagen. Ist so. Mit meinem Migrationshintergrund ist das leider so. Ja, und machen das Stress unter sich, untereinander. Wiefen sich, schlagen sich die Köpfe ein. Die Polizei muss kommen. Und wir sind hier direkt hier. Unter den Lindenübergang. Ja, immer ganz kurz hoch. Ihr seht ja, was in Berlin los ist nebenbei. Ihr mögt das ja, wenn ich in Berlin rumlaufe und euch so ein bisschen Sachen zeige. Ja, da sieht es ähnlich hier aus. Volles Haus. Außer nichts. Einfach so. Wir gehen mal ganz kurz durch die Treppen hoch. So. Mal ganz kurz konzentriert bleiben. Dann kommen solche Talahons und schlagen sich gegenseitig. Ja. Und jetzt haben wir ein Problem. Leute mit Kindern, ja, Familien mit Kindern und ältere, die da hingehen ins Schwimmbad, wollen sich ja entspannt, ihre Ruhe haben, so was ich meine. Und dann machen diese Talahons irgendeinen Scheiß. Und dann muss da die Polizei hinkommen. Das heißt, du wolltest dich eigentlich erholen, aber hast wieder Stress. Genau, Umleitung höre ich überall. Wenn die spricht, ist es schwer, sich zu konzentrieren in Deutschland. Berlin ist wirklich hängen geblieben. Die Leute sind alle dood, wirklich. Das ist schon krass. Genau. Im Schwimmbad stehen jetzt überall Polizeistreifenwagen in jedem Freibad. Da, wo es brennpunkttechnisch sozusagen vermutet wird. Da stehen jetzt überall Autos und beschützen die Schwimmbäder. Wovor? Genau vor sowas. Und jetzt denke ich mir halt so, es ist eine sehr, sehr traurige und dumme Sache, warum das immer wieder passiert, warum die Politik immer wieder schweigt, warum keine Maßnahme dagegen ergriffen wird, warum da nichts getan wird. Und es wiederholt sich immer wieder und immer wieder. Und ich denke mir jedes Mal zum Mal, ey, vom Sommer zum Sommer, diesen Leuten da draußen, wir, sind wir scheißegal. Diese Leute interessieren sich nicht für uns. Egal wie, wo, wer ist, welche Position hat. Das juckt die alles nicht. Die interessiert nur, wie sie schnell ihre Kohle abbekommen, monatlich oder jährlich. Sich ihre eigenen Sachen leisten. Und so ist es nämlich im Leben. Jeder guckt nur auf seinen Hintern. Und das war mir auch schon früher sehr, sehr bekannt. Ich wurde auch gut erzogen, auch für Gefahrenlage sozusagen eingestellt. Meine Eltern waren die besten Lehrer. Jeder guckt auf seinen Hintern. Das ist normal. Die Leute verspüren Neid. Leute verspüren, was du willst. Sobald du größer bist als sie. Angenommen jetzt. Und das ist so. Das ist so. Menschen sind ängstliche Leute. Jeder kämpft für seinen Hintern. Und so aber auch die Leute in der Politik wahrscheinlich. Ich will niemanden abstempeln. Es gibt auch gute Politiker. Aber ich meine, das, was jetzt abgeht, Alter, das kann nicht normal sein. Das kann nicht normal sein. Das kann nicht normal sein, dass du hier unter den Linden alles schön sauber machst. Und die Automaten wie geleckt aussehen, wie gezeichnet sind. Hier noch ein bisschen ein paar Kratzer, okay. Aber weißt du, was ich meine? Und irgendwo am Hermannplatz, Neukölln oder sonst wo, die U-Bahnhöfe sehen aus wie nach dem Zweiten. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist eine sehr, sehr traurige Sache. Ich sage auch schon zu meiner Frau mal, wegen dem Kind und alles rundheran. Geht nicht ins Freibad. Sollte da was passieren? Ich bin nicht vor Ort. Ich bin am Arbeiten oder sonst was. Sollte da was passieren und ich bin nicht da. Da sind da irgendwelche Vollidioten, die ihren Eltern versagt haben und nicht auf sie aufpassen. Ihr seid da. Eine Schlägerei passiert. Irgendwas passiert da. Und du bist mittendrin. Und dann kannst du mein Kind nicht retten. Wenn die aus der Kontrolle sind, ich weiß ja, wie bescheuerte Kennecks sind. Die waren alle mal so, die waren jungen. Aber irgendwann musst du auch alt sein. Irgendwann musst du auch alt haben. In der Sache darfst du nicht hängen bleiben. Man sagt ja, alles unter 25 ist akzeptabel. Oder unter 30 vor allem, sage ich. Weil heute sind 25-Jährige noch mehr Kinder als die 18-Jährigen. Und wenn du dann nicht vor Ort bist und dein Kind angesprungen wird, geschlagen wird, aus Versehen. Weil vom Kind will ja keiner was. Aber wenn die dich aus Versehen, wenn sie sich gegeneinander hauen und dann miteinander hauen und dann plötzlich deine Familie mit was abbekommt, dann, ja, das meine ich so. Weißt du, ich meine, dann ist das scheiße. Und deswegen sage ich immer vorher auch zu meiner Frau, überlegt euch bitte genau, in welches Schwimmbad und wo ihr hingeht. Ja, selbst hier vor zwei Jahren dieses Schwimmbad, Freibad in Stieglitz ist auch nicht sicher. Da waren auch diese ganzen Vollidioten. Da ist es ja passiert, als sie es in die Medien kamen. Ja, Stadtbad Stieglitz, Alter. Einfach in Stieglitz. Teil von uns in Stieglitz, so was ich meine. Ja, auch wenn ich mich so abwertend anhöre. Das hat damit nichts zu tun. Ich bin selber Ausländer. In Deutschland mit Migrationshintergrund. Ich bin selber Kanabe. Ich hasse aber diese Leute, weil die, ich meine, diese Leute, die Scheiße bauen, weil das alles auf uns zurückkommt. Auf so einen Typen wie mich, der so aussieht. Ich setze mich in die Bahn und alle gucken mich schieb an wegen diesen Scheißleuten. Und da kriege ich so einen Hals. Und da hätte ich sie bis zu sonst was. Ja, ich verachte Menschen, die so aussehen wie ich und Stress machen. Das ist mein Problem mit diesen Leuten. Alle anderen Leute sind mir egal. Ja, die sich benehmen können. Die ganz normal grüßen, ob Nachbar oder sonst wer. Die sich einfach benehmen, die sich nicht negativ auffallen. Ja, weil diese Leute, nochmal, diese Leute schaden mir auch gleichzeitig. Ja, ich sehe sie mehr als Konkurrenten als irgendwelche Rassisten. Ja, Rassisten sind auch Arschlöcher, klar. Ja, aber diesen Link ist es ehrlich. Ja, die sagen mir, dass ehrlich sind für sich. Dass ich ihnen nicht passe. Und warum gibt es Rassismus? Genau wegen solchen Leuten. Mehr habe ich nicht zu sagen. Das war aus meiner Seite. Man sollte doch einfach nur sein beschissenes Leben erleben, in Ruhe und niemanden anfassen. Ist das so schwer? Ist das so schwer, mit seinen eigenen Dämonen nicht klar zu kommen im Leben, sodass man immer andere Leute berühren muss? Ich sage es immer wieder, jeder Einzelne, der heute da steht, wo er steht, ist nicht dort. Ist nicht dort umsonst. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich mag eine Labertasche sein, aber ich mache auch viel dafür. Okay? Zu 80, 85 Prozent stehe ich meinem Mann. Ja? Und ich laufe in Berlin herum. Ich habe von niemandem Angst. Freunde, danke für's Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Peace. J6. All in the mix. Vielen Dank.